Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1540 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sind mit der ganzen Familie in den Urlaub gefahren und gehen am Strand spazieren. Wir sind mit der ganzen Familie in den Urlaub gefahren und gehen am Strand spazieren. Ich habe mir eine besondere Überraschung für meinen Mann ausgedacht und hoffe, dass er es mag. Ich habe mir eine besondere Überraschung für meinen Mann ausgedacht und hoffe, dass er es mag. Heute beschäftige ich mich hauptsächlich mit effizienter und sparsamer Beleuchtung in Büros. Heute beschäftige ich mich hauptsächlich mit effizienter und sparsamer Beleuchtung in Büros. Ich möchte deine Schuhe anprobieren. Vielleicht passen sie mir. Ich möchte deine Schuhe anprobieren. Vielleicht passen sie mir. Meine Eltern wollen wissen, wo ich bin. Sie melden sich über meine Smartwatch. Das sieht gut aus. Kann man auf den Leuchtturm hinaufsteigen? Kann man auf den Leuchtturm hinaufsteigen? Ich möchte mir gerne die Landschaft von oben ansehen. Kann man auf den Leuchtturm hinaufsteigen? Ich möchte mir gerne die Landschaft von oben ansehen. In diesem Gebäude müssen die Decken abgestützt werden. Die Hunde ziehen einen Schlitten. Die Hunde ziehen einen Schlitten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich stricke eine Mütze für meine Enkelin. Ich stricke eine Mütze für meine Enkelin. Ich stricke eine Mütze für meine Enkelin. Ich war in Berlin. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich war in Berlin. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich war in Berlin. Ich bin mit dem Zug gefahren. Bist du jetzt fertig? Ich muss zuerst meine E-Mails checken. Ich muss zuerst meine E-Mails checken. Ich habe zwei Ananas gekauft. Möchtest du sie haben? Ich habe zwei Ananas gekauft. Möchtest du sie haben? Ich habe zwei Ananas gekauft. Möchtest du sie haben? Ich kann den ständigen Ärger im Büro nicht mehr ertragen. Ich kann den ständigen Ärger im Büro nicht mehr ertragen. Ich kann den ständigen Ärger im Büro nicht mehr ertragen. Erzähle mir die Geschichte in allen Einzelheiten. Erzähle mir die Geschichte in allen Einzelheiten. Wir beide gehen jetzt gemeinsam zum Sandkasten. Wir beide gehen jetzt gemeinsam zum Sandkasten. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Das wird einigen Menschen nicht gefallen. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Das wird einigen Menschen nicht gefallen. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Das wird einigen Menschen nicht gefallen. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Leider müssen wir unsere Diskussion jetzt beenden. Leider müssen wir unsere Diskussion jetzt beenden. Vor der Tür warten noch weitere Bewerber. Leider müssen wir unsere Diskussion jetzt beenden. Vor der Tür warten noch weitere Bewerber. Warum bin ich hier eingesperrt? Warum bin ich hier eingesperrt? Ich will sofort hier raus. Das ist Freiheitsberaubung. Warum bin ich hier eingesperrt? Ich will sofort hier raus. Das ist Freiheitsberaubung. Das ist Freiheitsberaubung. Es ist geschafft. Nach der Party ist die Küche wieder vollständig gereinigt und aufgeräumt. Es ist geschafft. Nach der Party ist die Küche wieder vollständig gereinigt und aufgeräumt. Ich brauche morgens einen Protein-Shake, um meine Muskeln aufzubauen. Ich brauche morgens einen Protein-Shake, um meine Muskeln aufzubauen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.